Es gibt Sachen, über die darf man nicht reden. Sachen, die früher passiert sein. Aber dass man nicht drüber reden darf, das heißt nicht, dass man es je vergessen kann. Es gibt nämlich Sachen, die lassen sich nie mehr vergessen. Wer bist du? Ryder. Was willst du da bei uns? Wir machen also Biller. Mit so einem Kasten. Du hast dich in Krimmern um ihn. Aber nicht zu schön. Und du kommst echt aus Amerika? Ja. Gibt es da wirklich Indianer? Und wieso sprichst du dann Deutsch? Die Männer, wer sind die? Die Söhne. Brennerbauer. Bist es du? Und deine Mutter? Von da an hat es nicht mehr lange gedauert. Wir sind lang bei uns, die Winter. Bevor es finster geworden ist. Bei uns im Tal. Ich möchte beichten. Ich habe das Muttergebot gebrochen. Ich habe getötet. Wer bist du? Das, was damals geschehen ist, das erzählen die Leid heute noch. Wann ist die Hochzeit? Weit. Ich will, dass du's bist. Tanz! Die Doppenglocken. Sie werden kommende mich suchen. Ewelin lebend. Sie werden zu uns kämen. Nein, ich komm zu denen. Die Freiheit ist ein Geschenk, das sie nicht jeder gern machen lässt. Pulverfest. Das ist das, was ich nicht. Ich will, dass du nicht da auch mal hast. Wir müssen ganz schön viel fizern.